Ich will Gold. Minus Null Ausgaben. Wollt ihr mich veralbern? Nein, es war doch klar. Es war so klar. Es war so klar. Ihr verdurften barbaren. Es ist so klar gewesen. So, okay, ich hoffe, mich jetzt so aufzuregen. So, erstmal gucken. Minus Null Ausgaben. In jedem normalen Spiel, wo ihr da stehen, plus Null Ausgaben. Aber natürlich, Minus Null ist ganz, ganz schlecht. Man muss ja Geld ausgeben. Okay, gehen wir weiter. Sieben Wissenschaften, die im ganzen Reich für das derzeitige Forschungsprojekt produziert wird. Plus sieben Ausstätten. Oh. Insgesamt sieben Unzufriedenheitsquellen von was denn? Vier durch Bevölkerung erzeugt. Drei durch die Anzahl von erzeugten Städten. Null aus dem Schwierigkeitsgrad. Neun aus dem Schwierigkeitsgrad. Was haben wir denn für ein Schwierigkeitsgrad? Da muss ich gleich mal Maxi fragen. Wenn er mal wieder da ist und... Okay. Was ist das? In der Fortschrift bis zum nächsten goldenen Zeitalter. Ach, das ging bei mir da voll richtig schnell. In einem... Ne. Zwei zusätzlich pro Runde aus überschüssiger Zufriedenheit. Ist klar. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ach Maxi, übrigens, wie ich vorausgesagt habe, die Barbarenbogenschützen haben natürlich meine Bauarbeiter eingenommen. Das heißt, ich muss nur mal neu anfangen. Oder ne? Was hast du eigentlich für ein Problem? Die ganz... Die Barbaren, die kommen einfach von überall und ich habe keine Soldaten mehr, weil die die mal niedermetzeln. Und jetzt, äh, in zwei Runden habe ich endlich mal neue Soldaten. Leute, da sind ja noch mehr Barbaren, weil sie mich verarschen. Mach mal hin, ne. Das dauert mir zu lang. Ja, toll, ich habe mich angemeldet, das ist mir egal. Äh, in unserem... Ah, okay. Kommt ihr, verdammten Barbaren. Ey, jetzt rennen die weg. Was denn das denn für Pussys hier? Hm, ich renne weg, weil ich Angst habe, weil der große, böse Luca mich dann fertig macht. Weil ich nur so eine Stadt habe, die auf die anderen draufschießt. Schießt. Wassermühle. Wassermühle hört sich gut an. Mann, du musst mal aufnehmen, Maxi. Aber bei dir ist nicht mehr viel mehr. Äh, 34. Ach, komm. Was ist das denn hier für ein Schöpfer? Ja, mei. Maxi, ich brauche noch immer Gewürz, bitte. Ja, was soll ich machen, wenn ich keins habe? Du gibst mir das einfach. Ja. Ne, gar nicht Gewürz. Zimt. Brauche ich. Ist ja gar nicht Gewürz, oder? Ja, da steht Gewürz, aber ich brauche ein bestimmtes Gewürz, also Zimt. Ach, so groß ist die Karte. Oder noch viel größer. Nee, die wird größer. Ich weiß, wenn man die erforscht. Ich habe es noch gar nicht richtig erforscht. War gar nicht fertig mit erforschen. Nächste Runde. Maxi, mach mal hin, dann habe ich mich endlich meine Bogenschützen. Ist okay. Dann habe ich endlich meine Bogenschützen. Yay! Produktion, weil ich brauche... Ah, Pyramide. 37 Runden nur. Kultur plus 1. Ne, ich glaube, ich mache mal Staffel. Soll ich Stadtmauern machen? Keine Lust, dass du... Oder Kornspeicher, das bringt mir Kosten. 60 Nahrung. Wie weit können die denn laufen? Moment, Kultur plus 2. Wie viele Runden brauche ich dafür? 8 Runden. Alles klar. Aber ich glaube, ich brauche mal wieder einen Bautrupp. Was ist denn hier los? Eure Wirtschaft empfiehlt, dies hier zu bauen. Ja, mache ich gleich. Einen Bautrupp 14 Runden. Alter. Entweder mache ich einen Bautrupp, aber ich mache nochmal Krieger. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, ich mache mir erst mal einen Bautrupp. So. Ihr Krieger. Ich lasse euch mal einfach erforschen. Oder... Ja, ich lasse euch erforschen. Auch wenn ich wahrscheinlich irgendwann dann einfach wieder getötet werde. Ist halt so. Alter, das ist ja... Das ist ja krass wie... Was? Segeln. Ja, diese... Reitwagenbogenschützen. Das sind solche Pferde. Wie weit die gehen können. Kannst du mal zu mir rüberkommen? Ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber komm einfach mal zu mir rüber. Ja. Oh ja. Ich habe bloß zu. Ich muss warten. Außerdem gerne meine Bogenschützen gerade in der Nähe von Barbarenlager. Äh, Bogenschützen. Ach komm, ich mache es einfach mal fertig. Ich habe mir irgendwie gerade Bock zu. Oder Plotage richten. Wie lange dauert das? Noch drei Runden. Dann kann ich endlich Stonehenge bauen. Wie lange dauert das eigentlich? Ach, steht da gar nicht. Aber Kultur plus sechs, Alter. Plus sechs. Kosten 185, also wird es ein bisschen länger dauern. Für Geld habe ich ausgegeben minus null Ausgaben die ganze Zeit. Alter, dieses Gelaber, diese Gesinge. Glaub ich gar nicht. Das geht dann wirklich irgendwann auf den Sack. Obwohl das auch ein bisschen wenigstens beruhigt, wenn man so ein bisschen aggressiver wird hier in dem Spiel. Wie willst du in dem Spiel aggressiv werden? Ich werde überall. Okay, nein. Oh je, jetzt mit dem... Ah, gut. Mach weiter. Schnell, 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 schnell. Lade, lade. Yay. Und ihr zieht nach hier und macht diese Panel da unten fertig. Lalalalalalalalalala. Okay, löschen. Maxi muss mal hinmachen. Ja, ich... reite gerade einen Angriff vor. Tut mir sehr leid. Auf wen? Barbaren. Keine Städte? Was ist mit... Weiß ja, was voll scheiße heute war. Was? Bei 14. Du kannst ja wahrscheinlich denken, ich habe geheult. Es ist nicht angekommen. Nein. Ah! Also, da müssen wir was sagen. Und zwar... Mein geliebtes Spiel. Heute... äh... muss ich mit Maxi eine Aufnahme machen von Civilization, weil... äh... ich eigentlich heute noch eine Aufnahme raushauen will. Wie viel Uhr ist das überhaupt? Viertel vor acht. Ja, komm, schaffe ich noch. Ähm... Und... Ja, dann haben wir das in der Schule besprochen. Und da meinte Maxi... Ja, aber ich kann nicht. Ich muss noch FIFA 14 spielen. Habe ich gesagt, Maxi, heute Abend. Und wenn nicht, dann... Ne? Und... Ja. Tja, dann ist FIFA wohl nicht angekommen. Und morgen ist voll scheiße. Weißt du, erst mal ein langer Tag und dann... Langer Tag? Ich habe morgen viel zu lang und ich muss noch richtig viele Hausaufgaben machen. Ich muss noch Latar... Haa... Verdammte... Miste. Ich muss noch eigentlich Latein für morgen fertig machen. Oh. Oh. Oder soll ich morgen... Mh... Und ich muss auch noch Geschichte machen für Freitag und ich muss noch... Was haben wir noch alles auf? Englisch? Ne, haben wir ja gar nicht mehr. Da sind wir schon fertig. Ähm... Was haben wir denn noch? Den Test morgen... Ach, jetzt sind die da, ne? Hier, ich greife die einfach mal an. Ich werde gewinnen. Ihr Noobs. So, eine neue Forschung wählen. Und zwar mache ich mal Bauwesen, das Kolosseum und... Kultur plus drei, große Mauern und Sägewerke richten. Optik oder das hier. Ich glaube, ich mache mal Bronzeverarbeitung oder kriege ich eigentlich mal Sperrkämpfer. Ich brauche ein paar Soldaten. Und die hier sind gar nicht so übel. Die sind ja richtig stark, muss ich mal sagen. Also... Im Gegensatz zu den die davor. Wahrscheinlich nehmen wir ja schon wieder viel zu lang auf und wir müssen nochmal aufnehmen, damit die und die Folgen zusammenschneiden. Ähm... Äh... Barbarenlager in ihrer Nähe, Mann. Einen Schaden habe ich zugefügt. Krieg zwei EP dafür. Okay, ich werde gleich ein bisschen angegriffen. Weil ich hier gerade zwei Barbarenleute habe und ich bin ein einziger Bogenschützentrupp. Na, na, na. Ach, nächste Runde. Na, 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 na. Und wie lang braucht das hier noch? Acht Runden? Was? Dunkeln entfernen. Kol... Ein Koloss. Lol. Wir sind kein Koloss. Scheiß die Wand an. Was denn? Da steht einfach so ein so ein Trupp mit Barbaren vor meiner Grenze. Ja, weißt du, die standen in meiner Grenze und haben auf einmal meine... Bogenschützen. Ja, dann greift die mit der Stadt an. Die Stadt ist zwar nicht so stark, aber... Aber mache es gleich mal weiter, weil ich muss hier so erstmal einen Bogenschützentrupp fertig machen und dann muss ich einen Schwerkampf pro Trupp kaputt machen und ja. Aber gleich wenn ich mir mal Schwerkämpfe alter, die haben Stärke 7. Es ist nicht übel. Und kostet auch nicht so viel. 56 Grad. Ähm. Barbar, Lacking 22, unbekannter Spiel. Laden, 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 laden. Hat mir jemand Damage gemacht? Oder ist mein Internet abgekratzt? Nein. Boah, ich hatte gerade schon einen Schock. Habe ich einen Schock gekriegt? Wie? Wie? Was? Was? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das war doch nicht... Nein! Was ist los? Ich war voll gut, ne? Habe so einen Barbare-Trupp angegriffen. Bogenschütz-Trupp. In meinem Bogenschützen. Habe fast gar kein Damage bekommen. Dann kommt da so ein Schwertkampf-Trupp. Und dann wollte ich den angreifen, habe geguckt, ja, der macht mir auch keinen Schaden. Und jetzt bin ich einfach kaputt, weil mich beide angegriffen haben. Aber beide hätten mir fast gar keinen Schaden gemacht. Ich bin einfach kaputt. Oh. Oh. Das ist blöd. Ne, gar nicht. Ich habe falsch geguckt, fällt mir gerade auf. Oh. Oh. Ah. Aha. Ja, warum muss es auch so sein? Ich gucke mal nach rechts. Und ich denke mal, dass die rechte Spalte ist, mei, ich... Oder ist es vielleicht so? Ach, ist mir auch egal. Mein Gott. Ich möchte mal wissen, wie viele Trupps ich jetzt schon verloren habe. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Ne? Wie schlecht ich schon war. Magst du nehmen du das nächste Mal auf? Ne, lieber nicht. Ich muss jetzt noch sieben... mal lang warten. Dann kann ich erst wieder was anderes. Leute sind jetzt in der... Ach du Scheiße. Ich glaube, ich werde hier gar nicht toll werden. In dem Spiel. Ich habe mich so drauf gefreut. Aber ne, bald kommt Assassin's Creed 4 raus. Oh, da freue ich mich, da freue ich mich, da freue ich mich. Assassin's Creed 4. Davon muss ich erst mal eine neue Grafikkarte kaufen. Locker, lockisch gemacht. Dann Assassin's Creed 4 natürlich muss man vorbestellen. Ich habe noch Zeit. Es ist ja heute gerade mal der... Wie viel ist es heute? Äh, 25. Alles klar. Da kannst du aber ich immerhin machen. Ich bin der ganze Zeit nur am Warten. Gelände, See, Ertrag, zwei Nahrung und eine Goldmünze pro Runde. Ähm. Lol. Scheiß. Lol. Schon wieder die Bogenschützen. Hey, ich bin doch links. Und die sind rechts. Ist doch klar. Hä? Der hätte ich doch voll fertig gemacht. Mein Gott, ey, das geht gar nicht. Mann. Nee, ist voll doof, dass man nicht erkennen kann, dass wenn zwei Trupps kommen auf einen, dass die den einfach fertig machen. Es ist unfair. Es ist nicht toll. Es ist nicht nett. Nicht nett. Es ist nett. Es ist böse. Und ich krieg gleich erstmal einen Bautrum. Da muss ich wieder acht Runden warten, bis ich einen... Na, jetzt verpissen die sich wieder, ne, ihr Pussis. So, noch zwei Runden, dann steig, dann krieg ich neun Bürger. Ja. Lucky City wächst von der Größe vier auf Größe fünf. Näh. Was ist einfach... Guck mal, hier ist ein Koloss. Was bringt der eigentlich? Der bringt immer plus eins aus... äh, also ein Gold aus von dieser Stadt bewirtschafteten Wassergelände Feldern. Hä? Was bringt der mir? Kult 2 plus 1? Gold plus 5? Hm. Wow. Wow, 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 wow. Ah, stopp. Big Ben. Brandenburger Tor. Eiffelturm. Willst du mich... Was bringt mir das? Ja, wo machst du das denn? Ja, ich bin gerade irgendwo draufgeklickt, da bin ich hingekommen. Auf Wunder sind das. Sozialpolitik. Ähm, Beförderung. Oha, das sieht doch geil aus. Achso, hier der französische Soldat. Das sind wir noch gar nicht. Angriff. Schock. Ist mir jetzt egal. Ähm, das brauche ich auch nicht mehr. Bist du mal fertig? Äh. Das kann ich noch mal... Da sind sie wieder, da sind sie wieder. Ihr seid fällig. Einfach mache ich immer nur plus eins Schaden... Äh, plus minus eins Schaden. Das ist so langweilig. Dann hauen die nämlich gleich wieder ab, dann kommt sie wieder her, dann mache ich wieder Eingriff, dann hauen sie wieder ab, dann kommen sie wieder her und dann mache ich die tot. Das ist so langweilig. firmly Vielen Dank.